Ja, ich weiß auch nicht. Ein bisschen komisch. Das liegt daran, weil unser Abi ist anscheinend extrem früh gelegt worden. Also ganz früh. Es gibt ja jeweils... Aber da kann man doch die Arbeit nicht ernst nehmen. Da könnte man doch froh sein, dass die Schüler nüchtern sind. Ja, das ist das Problem. Der hat doch in die E-Mail geschrieben. Ja, es ist kacke, nach dem Abi noch Arbeiten zu schreiben. Das weiß ich, da hat niemand mehr Lust. Aber das bringt doch gar nicht. Das sieht niemand. Das Ergebnis dieser Arbeit sieht niemand. Oder habt ihr noch nicht... Ach ja, stimmt. Die Vornoten gehen ja auch ein. Ach ja, 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 ja. Stimmt. Es gibt ja immer ein jeweils X1 und ein X2-Zeugnis. Also 12-1 und 12-2-Zeugnis. Und das geht halt ins 12-2-Zeugnis. Ja, das geht ins letzte Semester eigentlich. Genau. Stimmt. Oh Gott, wie retarded. Das ist wirklich motivationstechnisch eine Bildungskatastrophe. Hoch 10. Das geht einfach wirklich nicht mehr. Deswegen, ich habe bei Gemeinschaftsrunde hat es schon angefangen. Ich habe so gedacht, wann mache ich jetzt was? Wann mache ich jetzt was? Ich habe dann von 0 bis 2 Uhr oder irgendwie so noch ein bisschen was gemacht. Und dann bin ich ins Bett. Aber das ist... Du kannst dich echt überhaupt nicht dazu raffen. Das ist quasi unmöglich. Ich habe jetzt übrigens die Sweeping Lens genommen. Direkt. Oh. Also wir werden den Revision denyen. Das ist unser Ziel. Okay? Das ist ja echt krass. Bei uns war das so, dass wir wirklich mit allem fertig waren. Und da hatten wir noch die letzten Wochen nichts mehr zu tun. Da gab es noch einige, die irgendwie Nachprüfungen oder sowas hatten, wenn sie beim Abi nicht da waren oder krank waren oder so. Aber der Rest ist nur rumgegorkt. Wir haben dann Abi-Ball und so organisiert. Ja genau, das machen. Das machen gerade auch welche. Der Rest ist... Nein, nein. Da haben wir alles vorm Abi gemacht. Ich kenne... Einen Fuß kenne ich. Die haben es... Die haben erst nach dem Abi noch Deutsch geschrieben. Also nach dem Deutsch-Abi haben die noch Deutsch geschrieben. Klausur oder was? Ja, Klausur. Alter, das ist gegen die Menschenrechte, ganz ehrlich. Das ist richtig... Richtig unter die Gürtellinie. Schade, dass die Xenobom nicht aufdecken. Nicht mal sein Minenfeld. Naja, aber der hat jetzt die Bomben geskillt. Okay. Sein Minenfeld? Auch. Ich weiß gar nicht, ob es sein Minenfeld aufdeckt. Nur das Exhaust OP ist. Thread the world. OP-Leash. Ich will halt mich wieder mit den ersten Minieren verpassen. Ähm, machen, machen wir es echt so. Und vielleicht könntest du auch mit einem Ruby Crystal anfangen. Äh, die Coin ist schon ganz nice. Das hab ich mal noch. Aber du bist halt wieder nicht so tanky. Das stimmt. Aber das ist halt als Ausgleich, ob ich halt hier ruhe. It's time to sweep. Die haben auch so eine dumme Lane. Ach, ich hab Bananen. Bananas in Pit- Was hast du da jetzt Minenfeld getroffen? Oder war das gerade? Ja, ich hab's getroffen. Das sind die... Mechanics. Ja, sie musste last hit mit ihrem schlafen Schuss. Zup. Oh nein. Oh nein. Not for me. Nein, du musst doch die Agro auf dich ziehen. Kann ich. Sie hasst dich. Oh, da hast du aber Glück gehabt. Nein, gar nichts hab ich da gehabt. Ah, bloß dann... Kizzy, Kizzy, Kizzy. Minion, Fokus. Kann ich. Ich sterbe jetzt gegen die. Und ich hab dich jetzt nicht gehealt wegen meiner Aufregung. Ich hab noch einen Summoner-Spell gehabt. Das war so low. Ja, wirklich low. Ich muss das mal hier mit dem Summoner-Spell klark haben, Alter. What? So, da bist du ja wieder. Oh, den hast du bekommen, gell? Jupp. Oh. 17 zu 18. Ey, du... Wieso... Wir stehen übereinander. Da heilt der das Minion. Was ist denn das? Da ist doch hier so eine... Was ist denn eine Kodierung? Zoom, Laser incoming. Epic, Caitlin. Hm, welcher Champion macht am wenigsten Spaß zu spielen? Soraka. Ja, du musst ja nicht spielen, wenn es dir keinen Spaß macht. Ich muss ja üben. In der Tat, sonst wird Ivan noch mader und mader. Oder was ist die... Was der Superleiter von Matt? Ivan. Das ist gut. Okay, dann. Du musst viel leben. Ja, du probierst ja die ganze Zeit, mich zu popen. Und dann... Oh, das ist nice. Was das auch nice ist, dass wir die jetzt killen. Hm, mal sehen. Silence. Oh. Oh, richtig well played. Oh, das... Nein! Das war's. Deswegen brauchen wir keinen Heal. Heal ist einfach schwach. Das hätten wir uns fast gerettet. Heal ist einfach schwach. Wer legt da eine Falle hin? Wieso? Wieso macht jemand sowas? Das war einfach so bad von mir. Das ärgert mich gerade richtig. Ich hab vor allem keinen Assist bekommen. Und ich hab nicht mal den Kill bekommen. Ich hab mich hier reingeflasht, um den Kill zu bekommen. Was die ich übrigens auch mir abgewöhnen sollte. Oh nein. Jetzt hab ich meinen Q nochmal geskillt. Okay. Was ist deine Q? Ja, dann musst du halt noch aggressiver gehen. Das ist jetzt extremsten Schaden. Dann gehst du da rein und kippst deine Qs. Und noch mehr Qs. Das war ja gerade richtig bad von mir einfach. Einfach nur richtig bad. Einfach nur richtig bad. Das war ja gerade. Zoraka, Zoraka. Trust me here. Oh, where is my Zoraka? I need them heals. Das ist keine Heals. Das ist wohl AW. Ja, guck, wenn die jetzt nicht fokussi- Oh, okay. Das ist Ausnahmefall, wenn ein Gang kommt. Alter, der Damage. Egal, wir haben den Zoraka hier. Es ist quasi unmöglich, dass wir sterben. Das war ja auch die Vermutung gehabt, dass sie was machen wollte. Bis sie es sein ist. Kannst du vielleicht mit Mana heilen? Kein Problem. Ich werde das wahrscheinlich brauchen, um unter dem Turm zu last hiten. Wo ist Damien denn gerade hin verschwunden? Müssen wir da hoch und die töten. Los, los, los. Komm mit. Ich glaube, das ist eine Zeitverschwendung. Der stirbt jetzt am Turm. Bis wir da ankommen, ist... It's too late. Du musst mich selbst halten. Nö, was ist eigentlich nicht Mana? Nö, ich glaube schon. Das wäre eigentlich richtig bedankt. Kannst du mal den Busch queuen oder so? Ich muss da mal kurz... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Na, oh. Ja, ich habe es bekommen. Wie steht es vom Farm? 49 zu... Ah, gut, das ist noch nicht. Die epische Mana-Probleme. Oh Gott. Oh Gott. Lass mir doch einen killen. Diese Silence. Sein ist aber echt... Also der Sein ist wirklich richtig stark. Wie lange geht der? Zwei Sekunden? Ne, jetzt nur 1,5. Ja, ich bin schon auf Level 1... Ah, ne, du hast schon noch zweimal gescapt, gell? Ne, ich habe... Ne, auf Level 1. Starfaur zweimal. Ah, ich habe... Starfaur kostet ein Irrwitzige 40 Mana. Kann man gar nicht richtig spammen, gell? So schnell ist man Out of Mana. Jo. Na, jetzt dann... Ein paar Minions brauche ich noch, dann habe ich einen BF. Das wäre sehr schön. Mana, please. Du hast kein Mana. Na gut. Ja. Wird es mehr, desto höher du das killst? Ja. Mehr Mana bekommen. Aber wenn du wenig Mana hast, ist es effektiver. Echt? No. Ich nicht mal. Das heißt, desto weniger Mana habt, desto mehr Mana healst du, sozusagen. Für jedes Prozent, das dir fehlt... Ne, für jedes zwei Prozent. Die dir fehlen, ist es ein Prozent stärker. Ui. Klingt kompliziert. Ist ganz einfach. Ich glaube, ich farm die Wave mit Ulti, oder? Oh, jetzt habe ich sie schon geschossen. Oh Gott. Oh Gott, Minions laufen schneller. Alter, diese Calculations. Keine Kille. Und vor allem, du hast die Wolken vom Porten abgebrochen. Und ich bin stehen geblieben. Anstatt zu Lanes laufen. Wollt es einfach noch kommen. Das ist auch ziemlich schlau. Top Lane. Alter, die Irelia macht aber die... Irelia, fucking OP. Oh Gott. Die killt den einfach. Pass auf. Ja. Unglaublich. GG. Bananas. Sehr gut. Nein, das war zu spät. Wann, der... Kann das sein, dass es ein Delay ist? Ja, das hat ein Delay. Dein Ulti hat einen kleinen Delay. Siehst du, jetzt werde ich noch geflamed. Soraka ist ein Opfer. Nein, immerhin hast du es versucht. So, auf Cooldown kann ich jetzt lügen. Die hat nicht mein BF. Wieso bin ich an BF angekommen? Die... Ah, wegen Trägnons an. Wahrscheinlich. Oh Gott, dieser Damage. Full out. Full AP. Man muss weiter Damage trinken. Das ist gut. Also, das ist echt gut, glaube ich. Aber sobald wir auf dich engagen... Zum Beispiel jetzt out-sustainen wir die einfach. Wir reizen uns weiter hoch. Dann ist... Das war einfach zu slow, meine Freunde. Zu slow. Traps. Und schon haben wir die Delay gewonnen. Sie haben den Freight nicht mal gewonnen. Sagen wir es mal so. Ich habe gestunnt und bin vorher gestorben. Das kriegt hier halt kein Mana. Ja, die hat gleich wieder genug. Die sollte aber es halt einfach reichen. Ich hatte Angst, dass ich... Oh. Ich finde, das ist ein Nachteil. Ja, die wurdest halt down-geburstet. Das wäre dir mit jedem anderen auch passiert, glaube ich. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimadueli. Hallo. Die Mistbahn. Oh. Die Obermahden. Was geht? Soraka geht. Soraka stilgt, bevor ich irgendwas machen kann. Das ist OP. kommt ihr gar nicht am team ranken seid ihr quittet und dann hat ivan auch gerage quittet gerage quittet habt ihr schon gemacht heute oder ja 1 aber wir sind nicht gedroppt oder nein ich glaube da müssen wir noch ein paar verlieren zu troppen kein problem das lässt sich regeln dann werden wir jetzt rein theoretisch wieder genug dauert es denn bei dem so unglaublich wenig lange kommst du so raka ich habe jetzt eins zwei drei hier jetzt ausgepackt den anderen konnte ich nicht nochmal machen und trotzdem gestorben aus sachsen dazu bei einem skyfall plus alle möglichen fähigkeiten ich meine es ist gekriegt aber mit den random lanes also ihr braucht ja bestimmt noch eine wahl da war ja das geht wahrscheinlich noch ein bisschen gut dann werde ich jetzt was anderes machen ich kann es jetzt nicht mehr abwärts haben die dragon gemacht oder ist er noch gar nicht wieder ab gewesen ja der kommt jetzt Oh, wie du sie abhälst. Jetzt nehme ich mir alle Minus. Nein, die würde sie jetzt alle nehmen. Oh, da hat sie ja einmal reingeschissen gerade. Krieg die. Carry her, please. Diese Irelia. So gut. Ha, einen habe ich hier geschaut. Linkstück. Dann bin ich noch mal gebutet, ihr könnt mich ja hier anschreiben, wenn da irgendwas startet. Na klar. Du hast ja nicht überlebt, oder? Doch, mit 5 Leben oder irgendwie so. Das ist bitter. Wir können die auch vielleicht töten, wenn die Katelyn, also falls die Katelyn so dumm ist und hier nochmal auftaucht, töten wir die. Ja. Double buff, so strong. Hast du Heals? 50 bei nur. Du solltest aufpassen. Heals of Doom. Oh, oh, schaff ich's? Soraka erfüllt keinen Auftrag. Ich hätte den Weg hochlaufen sollen, hier so, dann wäre ich weggekommen. Ich habe gedacht, ich könnte dir noch slowen und dir helfen. Aber wie heißt die goldene Solo-Queue-Regel von dir? Niemals helfen. Niemals helfen. Die Ulti einfach. Das W heilt einfach 5 Millionen. Ich muss wieder was anderes einstellen. Boah. Now in the mirror. Oh, das hat geklappt. Die Irelia-Carry grad ziemlich hart. So, ein kleiner Mini-Wort, ja. Vielleicht ist das ja Wild-Turtle noch. Weil Platt-Turtle und so. Must be true. So, es geht los. Ich tage das mal. Nice. Oh. Der Schaden. Flash. Der Schaden. Der Flash. Aber der Schaden. Der Flash. Aber warum Flash, ey? Das weiß ich nicht. Laser. Der Pantheon ist stark. Ich glaub von dem sollten wir etwas Respekt haben. Ups. Wo kommt der hin? Ich seh ihn nicht. Ach der kommt gar nicht in die Mitte. Das sind die Starkol Mechanics. Starkol ist die Mechanics, meinst du? Okay. Und wir gehen getrennte Wege. Ist das in Ordnung für dich? Ja. Ich probier's. Soll ich helfen? Neues Flash. Oh. Oh. Das wär deine Rettung gewesen, glaub ich. Ja, aber. Ich hatte, glaub ich, einfach wegflashen sollen. Heal nochmal. Aber der Heal ist so schwach, wenn ich einmal erknightet bin. Brauch ich erknightet? Ich weiß gar nicht. Ja, ich brauch erknightet. Tötig Tibbers. Und mehr Tibbers. Das war auch eine ewige CC-Chain schon wieder. Ich hasse diese CC-Chains. Ha! 50 Gold. Teon, Alter. Teon raste richtig aus. Oh man, 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 man. Ich hab überhaupt keinen Auftrag gehabt. Mach was. Du musst einfach nur die richtigen Leute zur richtigen Zeit heilen, dann kann es das Spiel gewinnen. Ich glaub ich heil jetzt einfach nur, wenn ich Assists will. Nein, heil einfach Irelia. Heil die auch ruhig, bevor sie reingeht für den Buff. Ich glaub wir müssen Mottlane einfach mehr Druck machen. Mana, please. I need it. Ich hab kein Assists. Oh. You're welcome. Bananen Tower. Oh, jetzt hab ich das extra Gold nicht gekriegt für den Ball. Ich bin ein AD Carry. Ein egoistischer. Ich brauch noch alles Gold. Brauchst Mana. I need it. Geh weg. Ich bin weg. Ich bin nicht wieder durch Pantheon sterben. Ich bin nicht wieder durch Pantheon sterben. Nur die hier machen? Du brauchst Mana. Brauch ich echt? Ich gank jetzt Pantheon. Ja, ich geh jetzt hier. Oh Gott. Ich wurde. Legendary. Vorsicht, da moved jemand. Brauchst weiter, oder? Ich mein. You don't need my help. Ich bin Soraka. Ich kann nur Leuten helfen, die schon übelst gefehlt sind. Meinst du kannst dich carry'n lassen? Soraka is the most I've been carrying champion. All over the place. Laser. Ich glaub nicht, dass wir danach was machen wollen, oder? Ich werd jetzt einfach... Über einen stehen lassen. Wo wird er sich hin teleportieren? What do you wanna do? Oh, er ist exhausted. Er ist exhausted. Er ist exhausted. Easy heals. Heals, heals everywhere. Hast du mich gehealt? Ja, hast du, gell? Ich hab den ganzen Planeten gehealt, glaub ich. Ist doch okay. Hehehe. I don't want to die, Mike. True. Laser. Into the phaser. Hä? Wieso waren da noch keine... Ich habe einen Assist. Bitte aufhören. Ich habe einen Assist generiert. Durch pure Abwesenheit. So. Chalice of Harmony, hab ich gehört. Die Leute rufen nach Chalice of Harmony. Ich brauch mehr Heels. Oh, ich hätte gern den Red gehabt. Where am I needed? I blood turtle. Das kann aber nicht der richtige Turtle sein, weil er hätte mich vorhin nicht geflammt. Er hätte gesagt... Soraka! I really like you, but next time you hear me. Deal or no deal? Da hätte ich geschrieben. Deal. Aber die tötet mich, oder? Kann die mich töten? Soraka! Ah! Oh no! Ich habe das nicht so gemeint. Boah, ich habe gerade fast das Gefühl. Komm mal jetzt. Oh, 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 oh. Vorsicht. Pass auf, pass auf. Renn, 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 renn. Ich bin Soraka. Die müssen einrennen. Die müssen die... Laser Charge! Ich farme anderen Leuten die Minions weg. Oh, oh, oh. Oh süß. Wieso macht der keinen Schaden? Wieso macht der keinen Schaden? Weil ich 113 Magier-Resistenz habe. Hier. Und du jedem hier Magier-Resistenz gibst, gell? Ich glaube, du musst ja die Passive von Chiraka nochmal durchlesen. Mein lieber Roman. Oder ist das Le... Ist... Was... Was gibt die nochmal? Irgendwas gibt... Oh, mir macht die Schaden. Gibt nichts. Wenn ein Ziel verwundeter ist, ist mein Heal besser. Ja. Das ist aber noch nicht lange so. Die hat früher mal irgendwas gegeben. Sag... Sagen wir mal so. Es ist seit... 8 Monaten da. Okay. Ja, guck. Sind ja Minis-Zeitspannend. Das ist... Das ist doch nichts. Ey, das ist ja quasi... Wer ist vor 8 Monaten rausgekommen? No Baron. We can. Don't risk. Do Baron. No Baron. Wir können doch einfach pushen, oder? Wir haben so viel Poke. Ich bin Chiraka. Spinks nicht zurück. Pow. Oh. Das hast du aber gut gemacht. Ja. Das hat sie wirklich gut gemacht. Oh, es ist TF und Pantheon. Nice Ulti. Oh, fuck. Ich hab mir jetzt rausgeklärt. Aus Angst. Das hat mich verwirrt. Das hab ich mein Heal nicht rausbekommen. Ich hatte keinen Exhaust, sonst wär der Fight anders gelaufen. Ich hab dich extra gekruhkribbelt. Ich weiß. Ich hab's mitgekriegt. Das hat mir auch's Leben gerettet, glaub ich. Aber meins nicht. Ich hab keinen Heal mehr rausbekommen. Kein richtig. Ja, bist doch gut so. Hallo, die Fugel. Wir fokussieren dich. Und du bist schon ziemlich tanky. Bisschen. Immerhin. Ein bisschen tankiness. Ein bisschen tankiness. Oh, GG. Well played. Ich hab surrendered. So. Ich bin jetzt ab sofort zu Raka Main.